also heute zeige ich euch ganz kurz nur wie ihr whatsapp auf eurem pc nutzen könnt und dazu braucht ihr nichts anderes als eure app auf eurem handy und euren internetbrowser wir gehen jetzt schon mal in google hier rein und dann gibt ihr hier einfach ein whatsapp dann kommt hier auch schon die whatsapp webseite ist eine offizielle seite von whatsapp die offizielle internetseite sagt man so das lädt kurz so also wenn ihr wenn ihr hier auf der webseite jetzt angekommen seid steht doch im endeffekt eigentlich schon alles dran was ihr jetzt noch machen müsst schritt 1 öffnet euer whatsapp auf eurem telefon tippt auf menü oder einstellungen und wählt dann whatsapp webseite aus und danach scannt ihr einfach nur noch den qr-code auf das ganze machen wir jetzt kurz also ihr geht hier auf whatsapp einstellungen bin ich schon dann seht ihr hier auch schon direkt whatsapp web desktop drückt ihr drauf und dann seht ihr schon dass ihr euren qr-code abscannen das funktioniert auch relativ schnell und das war es auch schon jetzt könnt ihr sehen habt ihr euren chat verlauf den kompletten chat verlauf hier auf eurem pc und wenn whatsapp auf dem pc nutzen das war es eigentlich auch schon mit dem video wenn ihr die verbindung wieder trennen möchtet einfach hier auf menü abmelden und dann war es das auch schon ich hoffe euch hat das video gefallen und im nächsten video zeige ich euch wie ihr jemanden ausspielen können in diesem sinne peace bis zum nächsten video bis zum nächsten video